HHC, Hexahydro-Cannabinol. Darf ich jetzt legal erwerben und besitzen? Also dass CBD-Blüten nach aktueller Rechtsprechung unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Aber wie sieht es mit HHC aus? Also der Reinstoff HHC oder als Vape ist nicht strafbar, fällt nicht unter das BTMG. Aber werden Blüten damit behandelt, das heißt sogenannte HHC-Blüten, die fallen sehr wohl unter das Betäubungsmittelgesetz. Damit ist der Besitz und der Erwerb strafbar.